Hier haben wir von Think Tank die CF-SD Batterietasche, oder hier in Englisch Battery Wallet E2E, für einen Kameraakku und eine Speicherkarte. Ist im Prinzip eigentlich kein großartiger Artikel, ich mache trotzdem einen kleinen Produktfüllen davon. Auf der Rückseite haben wir hier so ein durchsichtiges Fach für eine CF- oder SD-Karte. Man kann die auch ein bisschen quetschen hier und dann halt eben übereinander stapeln. Dann kriegt man auf jeden Fall zwei CF-Karten rein oder halt eben auch drei oder vier SD-Karten. Das Ganze kann man dann zumachen. Ist ein wasserabweisendes Material und hier kommt dann die Notreserve rein. Der Akku, den man im Prinzip halt eben immer noch mit dabei hat, den man halt eben auch gut geschützt wissen möchte und der dann einfach hier so reingemacht wird, Klettverschluss verschlossen wird. Und das Ganze kann man dann hier noch durch so eine Schlaufe, die am Rand ist, dann mit der Fototasche dann befestigen. Oder halt eben auch zum Beispiel am Schlüsselbund. Überhaupt kein Problem. Das Ganze ist dann so ganz kompakt mit dabei und wie die Kollegin das hier auch im Produkttext beschrieben hat, ist tatsächlich irgendwie so eine Art kleine Notration, die man immer mit dabei hat.